Musik Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Heute spielen wir Find The Button Die Map ist Version 1.2.2 Das ist der Map Entwickler Das ist der Map Entwickler Und dann würde ich mal sagen Let's go Find The Button So einfach Servus, grüß Gott Willst du nicht schlafen? Ich will auch nicht schlafen Servus Auf eine einfache Map, Alter Geh hier in ein paar Minuten durch So, äh Pff, jetzt wird's schwer Äh, äh Wollte fragen, ich hab die Map noch nicht gespielt Ähm Aber, ist ja auch hier nicht groß Also kann ich auch So So Wer hat gesehen So 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 Gut. Ähm. Das will sein. Wie finde ich das so einfach hier? Guck mal, ich habe nun gezeugt. Gut. Äh. Diese Map ist irgendwie so einfach. Weiß nicht, warum ich die Spiele... Ich habe gedacht, die ist so eine schwere Map. Obwohl das hier ein bisschen mehr gibt. Hast du schon... Knapp jetzt. Ah, Süßbären. Ah, die Piksen. Au. Au. Ah, Junge. Ah. Au. Da ist er. Aua, das tat weh. Dieses Süßbären hat mich die ganze Zeit gepikst. Wird schwer. Ist zu schnell. Oh, Knapp ist aber vorbei gelaufen. Warte, lass ihn nicht. Warte. Äh, auch da ist er. Äh, hm 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 hm. Äh, wo haben wir den? Ach, da ist er. Ein gestrippter Knopf. Gut, also ich habe die Karte glaube ich eben. Was ist der Knopf denn? Ja. Make sure. Wo? Warte, du da. Boah, tu ich. Das ist ja nicht. Alles verkehrt. Nein. Ist er weggefahren. Extra Level. Machen wir mal extra Level. Es wird zu schwer. Das ist ja nicht mal. Och, gut. Ähm. Das ist mit dem. Äh, ich habe das jetzt gerade nicht gesehen. Ähm. Da ist er. Ach so, da ist er. Extra Level 2. Da ist er. Good luck. Oh Gott. Oh Gott. Ein Labyrinth. Moment. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Ähm. Extra Level 4. Gucken wir mal. Oh Gott. Das ist wie im Urwald hier. Hm. Ah, Fisch. Ist er da? Ist er da? oder so. Wird es. Hä? Ah, du musst sneaken. Ah, okay. Das ist komisch. Wo soll denn der Knopf hier sein? Ich hab dann freigehüpft oder gelaufen. Komisch, komisch, komisch. Hm, irgendwie find ich den hier nicht. Sehr, sehr komisch gerade. Den ich finde. Äppeln? Wo ist denn der hier? Wollen wir nicht sein, dass er einen vergottverdammten Schalter nicht findet? Wird ja sein können, dass er hier irgendwo drauf ist. Aber ich finde ihn irgendwie nicht. Hm. Hm. Ich höre, was soll das? Au. Wow. Lauf nicht einfach mal durch die Lava durch. Vielleicht finde ich hier ja was. Ne, hier ist nichts. Hier ist nichts. Äh. 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 Jut, Leute. Ich brenne hier vor mich hin. Und, äh. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch gerne eine positive Bewertung. Da einen Daumen hoch und ein Abo. Würde mich sehr sehr freuen. Haut rein. Euer Redstone. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute. Tschüss.